So, guten Morgen zusammen, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Wir gehen noch direkt rein in den Shop, nur kurze kleine Infos. Wie ihr seht oben links Top Donator, ist immer noch der Jan W., aber mit 100 Euro. Ich weiß nicht warum, aber der zählt irgendwie zur Zeit nicht. Alle Donations zusammen und gibt dann als Gesamtergebnis. Also wundert euch nicht, weil da auf einmal eine andere Zahl steht. Aber ich sag schon, tippisch streamen, gibt da mir gerade nicht die richtigen Daten raus. Also wundert euch nicht, da ist es immer noch alles beim Alten gewesen. Er hat das Geld nicht zurückgezogen etc. pp. Dann haben wir ein neues Mitglied in der Familie, nämlich den Fortnite Suchti. Gruß geht erstmal da auch raus. Erstmal danke, dass du auch jetzt Supporter bist und in dem Sinne auch dir einen schönen Tag. So, wir gehen direkt auch rein in den Shop. Kurz vorweg, vergesst nicht zu liken. Ich weiß, es ist immer ein bisschen gegammelt, aber ich sag ganz ehrlich, ihr vergesst es gerne und dann, oh ja, ich mach auch grad schnell. So, dann gehen wir auch direkt schnell rein in den Chatfall. Oha, oh neum, oi, 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 oi. Heute wird viel getanzt. So, fangen wir hier einfach mal an. Wir sind hier beim Omen. Den hatten wir natürlich schon. Also heute kommt glaube ich gar kein neues Skin rein. Warte mal, oder? Hab ich mich verguckt? neuen skin haben wir heute mal ausnahmsweise nicht hätte mich auch gewundert weil es kam jetzt wirklich in den letzten tagen nur noch neue skins rein so dann haben wir hier wie gesagt oben der skin an sich ist nice aber von hinten wenn würde ich ihn benutzen mit dem cape also definitiv weil ohne cape sieht es irgendwie ein bisschen komisch aus aber so einen ähnlichen skin hatten wir glaube ich schon im battle pass damals aber den hat natürlich nicht jeder so wie ich zum beispiel da mein account hier erst ab season x begonnen hat aber so an sich würde ich sagen es gehen ist schon okay man muss nicht unbedingt haben weil diesen zukunftsgramm haben wir jetzt schon hinter uns so dazu aber trotzdem noch die passende pickaxe die würde ich eigentlich leichter so dann haben wir hier noch eine pickaxe nämlich schnell schlag die hört sich schon anders an aber ich finde persönlich deutlich besser als die andere so dann haben wir noch falke da wo viele immer sagen der tod nervt ein bisschen von dem vogel aber auch okay dann die klauen die gefallen mir persönlich sehr gut aber wir haben ja jetzt die goldenen geholt werden endlich mal der 2000 wie back skin reinkommt der geleakt wurde aber die sind definitiv auch nice so dann haben wir kuma kunja wieder drin ist halt ein top skin also ohne quatsch 1500 der skin lohnt sich in meinen augen auf jeden fall die frage ist halt nur immer wie sieht das ganze ingame aus aber so würde ich sagen wir sind top skin ist einfach so ohne wenn und aber dann haben wir kenji ich sage ja da gefallen mir wirklich beide varianten ob weiblich oder männlich auf jeden fall spielbar wenn ich nicht so wenig wie back hätte würde ich mir auch beide holen so die haben wir schon dann haben wir hier die nächste pickaxe heute so irgendwie pickaxe hat umgekehrte klinge dann schnee schnitt so kleider gefallen mir irgendwie nicht so wollen dann für 800 wie wachs ich weiß nicht für 80 ich werde nie irgendwie finden nur ein kleider 800 wie wachs ausgeben ich überlege das eispaket habe ich wenigstens den kleider drin gehabt und noch zwei andere dinge dabei also aber nur 800 wie wachs für einen kleider dafür dass wir den einmal kurz sehen ich finde immer die gehören irgendwo zum set dazu da müsste eigentlich wirklich immer skin und kleider sein und rückgasse zwar weil kleider an sich noch mal einzeln kaufen naja so dann haben wir den schnee fuß wieder dabei der ist eigentlich auch nice hatte irgendwie was ist auch so ein bisschen eiskönig angehaucht nur halt als kämpfer im prinzip aber der sieht auch nice aus rückgasse zwar auch der rückgasse kann man definitiv gebrauchen weil da ist halt viel blau drin die kann man für die eislegenden skins benutzen also das rückgasse war es echt top so dann die weibliche variante dazu die sieht wiederum ein bisschen komisch aus da sieht der kopf irgendwie ganz seltsam aus rückgasse zwar dafür aber wieder top das rückgasse ist was echt nice aber hier wird wirklich sagen die männliche variante auch wenn ja wenn ich mir die jetzt gerade anguckt aber trotzdem männliche variante sieht stärker aus irgendwie so dann haben wir jukuhila fatzke ah ja ah ja ich weiß nicht warum erinnert mich gerade so ein bisschen an monte ein bisschen schon wenn er sich verkleidet er sah doch schon mal so aus wo der einen auf dings gemacht hat aber halt richtig oldschool ich hab den haben ja noch nicht so oft gehabt dann haben wir die sumpfjägerin drin also ich sage ja der skin gefällt mir wirklich nicht also da sieht die ganz seltsam aus aber wie immer geschmäcker sind verschieden wer sich für 800 wibachs den skin gönnen will da ist er so dann fangen wir mal an hier haben einmal tagtraum so nochmal weil manche unter die videos immer wieder schreibt warum lädst du die 15 minuten hoch nochmal die musik ist dafür da wenn ihr youtube videos macht könnt ihr diese musik verwenden als hintergrund weil epic games einfach hin bzw fortnight hingeht und sagt wir geben unsere musik komplett frei da gibt es keine monetarisierung probleme aus dem grund lade ich diese 15 minuten videos hoch weil einige schon wirklich drunter geschrieben haben danke jetzt kann ich endlich für meine videos benutzen etc pp wenn euch das halt nicht interessiert oder ihr das nicht gebrauchen könnt ihr muss es auch nicht angucken um gottes willen erstmal danke an jeden der sich dann wirklich 15 minuten gönnt groß geht da auch an jeden einzelnen raus aber dieses hat die videos sind halt wirklich nur dafür gedacht also einfach die haben wir nicht viel mit dem spiel zu tun ist wirklich nur die musik wer bock hat das im mode zu sehen auf dauerschleife kann das natürlich auch machen oder als hintergrund musik dafür ist das ganze gedacht also ich weiß auch eigentlich ist es nicht schwer zu verstehen aber ich sag grad noch mal extra dann gehen wir direkt mal weiter nämlich verdienter sieg das ist ein bisschen crazy die musik aber sie trotzdem meister aus von der musik ist voll an mir vorbei gegangen also der war glaube ich schon länger nicht mehr im shop so und dann haben wir endlos rad ja kann man sich mal gönnen das endlos rad ist wirklich bisschen schnell guckt mal ganz lange genau auf das emote da wird man irgendwann bekloppt im kopf also dann kriegen wir eine neue hintergrund musik und bitte höre dich gut an wenn das keine entspannungsmusik ist schön am meer liegen cocktail in der hand aber da sage ich auch wieder muss jedem kopf selber gefallen von dem sind müsst ihr einfach selber entscheiden aber auf dauer ich weiß nicht aber wir haben so viel musik also dann muss halt wirklich jeder selber gucken so das war es halt wieder mal mit dem normalen item shop wir gehen jetzt noch gerade darüber und rette die welt auch wenn ich euch da schon leider enttäuschen muss es gibt heute keine viva-kommissionen aber wenn ihr euch irgendwas im shop kauft denkt dran gibt mein creator code ein yt-family hack jeder support ist da gefragt also in dem sinne würde ich sagen die die wegen dem shop da sind auf jeden fall haut rein und danke fürs zuschauen so wir gehen jetzt rüber zu rette die welt abgucken ob sich da irgendwas im shop geändert hat oder was für lamas wir drin haben gut im shop kann sich eigentlich nichts ändern außer sie haben ein blitz update gemacht und wie gesagt immer noch mit den upgrade lamas guckt da zwischendurch und tag noch mal nach die sind manchmal umsonst drin bei mir komischerweise morgens nie aber wenn ich dann mittags abends noch mal gucke auf einmal schwupp kostenlos wird das lama da wo ich mir auch denke okay warum nicht direkt so und 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 das war schon vorzeit an sich haben wir sowieso sondern fertig sind alles gut alles gut wir gehen gerade rüber ein lange kümmerle auf machen ein 7er lama ist da gut hat natürlich ein legendär überleben jedoch aber für 2,8 schwebwerks naja so hier ist ein überleben da drin plus der rest und wie gesagt jedem ist immer ein bisschen aufpassen hier kann 50 aber die 50 manchmal auch durchgestrichen also da einfach mal zwischendurch vorbei gucken aber sonst haben wir hier nicht viel seht hat die welt nicht gespielt keine keine tickets gerade noch schnell das lama auf man kennt ja mein glück heute aber nicht noch mal 50 tickets ein überlebender also okay so würde ich sagen war es das auch schon wieder mit dem shop video danke fürs zuschauen schleudererfe größe geht raus du guckst ja wirklich immer bis zum ende werden noch bis zum ende guckt erstmal jetzt kurz was in die kommentare schreiben aber ich glaube schleuder ist wirklich der einzigste der die videos bis zum ende guckt und in dem sinne würde ich sagen haut rein